Na Kines, wie geht's mir stets? Willkommen zu einer neuen Folge Kingdoms and Castles Wow Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal eben schnell rein Na komm, da sind wir auch schon Das wird jetzt mal eben schnell Mal eben schnell ist gut Das wird jetzt eine Notfallfolge Weil ich für heute nämlich keine habe Das heißt, ihr seid, oder diese Folge ist auch Relativ Wie heißt es, wie heißt es, wie heißt es Tag ist aktuell Ja, alles klar Wir haben jetzt gerade 22 Uhr Ich versuche Eigentlich die Folge gleich noch Online zu kriegen, bevor der nächste Tag anbricht So, wo waren wir denn? Was brauchen wir? Wir haben keine Idle, Leute Was ist das? Blacksmith Tools Haben wir nicht, wir haben doch einen Blacksmith, oder nicht? Becca Mason Wir haben keinen Blacksmith Können wir einen bauen? Doch, das ist schon wieder so lange her Wir haben keinen Blacksmith Ich fasse es nicht Okay, alles klar Ich würde sagen, dann bauen wir mal eben ein Ähm Setzen wir da hin So Und hier wollte ich, glaube ich Erstmal schneller machen So Ähm Ich glaube, hier wollte ich Häuser hinbauen, ne? Äh Food Town Äh Achso Ja, stimmt Die muss man Muss man ja noch wegkacken Die können doch mal wegkacken Da setzen wir, glaube ich Da setzen wir, glaube ich, ein Vierer Das ist, glaube ich, der Falsche So Da setzen wir ein Vierer hin Dann können die da erstmal wegkacken So Vikings Invading Wo? Da Wo, 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 wo Wo kommen die lang? Hier irgendwo Okay, hier haben wir aber welche Da Und da Mal schauen Äh Was könnten wir denn? Treasure Room Mode Slow Down Chamber Wart mal Chamber Wo haben wir doch Chain New Hero Ja Machen wir Der müsste eigentlich auch noch Ah, ne Da legen die an Komm, der wird doch bestimmt fertig, oder? Bevor die da sind So, da ist er So Und Ne, ne, ne Rechtsklick Okay Attacke Attacke Äh, 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 das gewinnt doch nicht Mehr Komm, greif die an Greif sie an Da Komm, 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 komm Hallo Tust du auch was? Viel zu nah Äh What the Was? Ich fasset mich Geh da hin No staff to prepare your generals Not fully staffed Achso Kein, kein Personal Äh Sind die tot? Ah, die sind tot Ja, cool Ha, 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 ha Recruit soldiers waiting in a barrack Aha Okay Leute, äh, geht ihr mal da hinten Ah, vielleicht sollte ich da, vielleicht sollte ich da im Brunnen hinstellen, scheiße Geht das löschen Geht das löschen Ja, toll Okay, demolish Town, food, industry, ne? Forester, ja Ein Forester Kommt sofort Okay Was wollt ihr? Sorry, it took too long To stare our harvest Some of it was run by the Ah, ja Good day, sir Und Good day, sir Ja Okay Drache gesichtet Ja, ey, Leute Was geht denn jetzt hier ab? Ähm Wir haben aber Ah, ne, das ist Gold Oh, jetzt hab ich mich Jetzt hab ich mich erschrocken Okay, äh Kriegen wir Plus 36 Okay, das ist in Ordnung Ähm Unser Oh, unsere Happiness ist bei 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 41 Äh Wart mal Wo ist Da Ähm Eins So, das muss Muss erst mal reichen 45 So kriegen wir Ah, minus 2 Ja, egal Muss mal gehen Erst mal So Der wird die ganze Zeit getroffen scheinbar Wird der auch Stirbt der? Nein Hat der irgendwas angezündet? Ich glaub nicht, ne? Sieht nicht so aus Gut Wunderbar Happyness steigt Ähm Town Square Haben wir auch noch nicht, ne? Ich hab das irgendwie doof gebaut, glaub ich Doch, da ist ein Town Square Okay, haben wir noch was anderes Um die Um die glücklich zu machen Eine Taverne Na ja, Leute Geht's auf Ähm Machen wir die hier hin Oder hier hin Komm, machen wir da eine hin Und Da eine hin So Und dann brauchen wir Noch Straßen So Ah Oh, gejuckt So, was wollt ihr schon wieder? So If you aren't able to improve conditions No one will want to live in our kingdoms Make sure people have enough food to eat Aber das nicht Ach, der Bäcker kommt wahrscheinlich nicht hinterher, ne? Okay, warte mal Äh Food Mary Windmill Baker Machen wir noch einen Bäcker Machen wir den Äh Scheiße Äh Demolisch Oh, ich komm mit der Steuerung nicht klar Mann Äh Ne Town Ne, Food So Rotieren Und Ach Food Rotate Und So Dahin So Was ist das denn? Das ist ein Feld gewesen Das kann Ach, Quatsch Straße Äh So Food Alles klar Wird gebaut Die produzieren beides Wofür wir aber Eisen brauchen Ach, die Eisenmine ist schon in Arbeit Ja, wunderbar 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 Ist hier einfach mal eine Bude abgebrannt Ich fasse es nicht Neue Butze Ähm 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 Wenn hier ein 4er und da ein 2er und da ein 2er und dann Dann können wir Achso Kommt Leute Abholzen hier Abholzen hier So Erstmal wieder auf 3 Was ist da? Ähm Ähm But only one found us Äh Ja Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich bin doch dabei zu bauen Ich bin doch dabei Ähm Hier haben wir auch nicht wirklich Wo können wir Wo könnten wir noch schön Essen anpflanzen? Hier wahrscheinlich, ne? Irgendwie sind die Felder Kappes Hier könnten wir richtig schön Wenn wir hier eine Windmühle hinsetzen Dann hier auch Ähm Was brauchen wir denn jetzt gerade? Wir können auf jeden Fall erstmal dafür sorgen Dass wir noch mehr Essen kriegen Würde ich mal sagen Achso Ja Ja Straße Wart mal Wenn wir hier eine windmühle hinsetzen Dadadadad T T Warte Wart mal Das Machen Wir Weg Äh Farm Da 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 Und da 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 Dann kann eine Furt. Dann kann hier eine Windmühle hin. So. Und da kann eine Granary hin. So. Alles steht auf 3. Wunderbar. Wir haben 170 Betten und 144 Leute. Jetzt können erstmal wieder ein paar Leute kommen. Wunderbar. Schon wieder welche Leute gestorben. Aber wenigstens nur aus Altersgründen und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Das wäre echt schade. Äh. Okay. Die wollen einen Brunnen haben. Das könnten wir sogar realisieren. Kein Problem. Äh. Wollen Nachbarn. Das können wir auch realisieren. Kein Problem. So. Und jetzt haben wir kein Holz mehr. Äh. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Industrie. Forscher. Ach ja. Wir haben ja kein Holz mehr. Scheiße. Äh. Ach nein. abholzen abholzen holz sie holz sie holz ich und mein holz das und das so hat das mal alles klein hier ich glaube wir haben viel zu wenig arbeiter irgendwie ist mein mikro ziemlich leise oder meine ich das nur ein bisschen höher ich glaube dann ist ein bisschen besser oder ja ich glaube wohl und den können wir glaube ich auch noch ein ticken höher setzen dann haben wir so ich glaube so ist besser dann haben wir nicht nicht so nicht so übersteuern krass das ist aber viel futter die arbeiten da auch schon wieder hier wird auch fleißig gearbeitet wurde aber alles eingesammelt oder nicht 390 food von farms 295 eten 20 eten bei tevens und elf lost to plus 75 immer noch also eigentlich ganz gut bis ins grow unhappy some have no access to a church or library nein 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 ach so ihr müsst wahrscheinlich zu weit laufen na warte mal market job 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 und shop dann kommt da noch ein markt hin äh äh eat grand meals every day here hm 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 krass wo die ganzen steine herkommen auf einmal ey krass ein pier a lost building on water äh 25 50 und 10 wenn ich jetzt eine straße runter mach brauche ich aber eigentlich noch gar nicht ich kann das ding auch hier entsetzen wenn ich das jetzt eh schon macht dann brauchen wir aber kein town square sondern ein market market da ja komm damit die hinten auch was zu futtern kriegen so wunderbar was könnten wir jetzt machen ach ja genau es ging ja eigentlich gerade um eine church oder um eine library für eine church brauchen aber war brauchen wir aber noch ein bisschen mehr platz dann pack den scheiß hier nochmal weg ja wo kommst du nach du kommst von daher kummer ähm town ne church ist so groß alles klar drache geh weg geh doch weg geh doch weg dich will ja keiner haben äh na 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 wie weit geht denn die ach die ah ja die geht gerade eben nicht weit genug warte mal wenn ich da eine hinpack dann ich glaube ich hacke das lieber mal hier weg weil wenn ich hier nachher noch leute hinsetze ne nein 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 so wenn ich hier eine hinsetze dann müsste ich eigentlich das komplette gebiet abdecken das wäre noch besser so aber das ist irgendwie kein groß sehr ertragreiches land ne hier kann ich noch was hinsetzen aber so wirklich bombe ist das jetzt nicht geh du mal dahin du kannst eigentlich auch dahin so ist was ist der nein er fliegt noch ok was was hat er kaputt gemacht was hat er abgefackelt nichts er hat nichts abgefackelt na cool umso besser umso besser hm ja ja zu lang und äh einige kreis haben keinen Platz um ihre stone wir brauchen mehr stockpiles alles klar industrie ein großes stockpile und zwar machen wo machen wir das hin da ist die kreie ich würde sagen wir machen das dahin und dann so so charcoal haben wir noch genug ne ja minus 12 ok warte 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 dann machen wir hier noch ein charcoal maker hin so erst mal auf 3 wieder hier das ist viel zu langsam schneller arbeiten schneller 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 äh äh brücke brauchen wir auch nicht so was haben die für probleme keiner 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 sind alle glück die heulen warum hat denn einer geheult egal archer tower ja oh kein brunnen das ist schlecht town brunnen äh passel ja da passt er hin ok gut machen wir da einen hin das ist ganz gut können wir immer gebrauchen ah der platz für die für die für die church für die kirche ist ready ok so dann kommt da eine kirche hin öh öh wieso brennt es da ihr habt doch keine angegriffen na egal guck wo rennen die denn hin achso hä wieso rennen die dahin die haben direkt hier drüben eine granary guck mal boah ey ki gleich null ne und vor allem durch den durch die steine und durch den turm durch genial ki null ok gut ich glaube das sieht ganz gut aus ich würde sagen wir safen das ganze mal und dann wenn es euch gefallen hat dann ne und abo nicht vergessen wenn ihr neu dabei wart und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder von kingdoms and castles adios ab 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 Vielen Dank.